Wir gehen rein. Gibt es irgendwas zu sagen? Das ist der Twizy. Asphalt Massaker 4 müsste jetzt draußen sein, ne? Ja. Ja. Deswegen happy release. Happy release, lieber Farid. Wir trinken auf dich von unserem Partner Holy. Achso, machen wir direkt Werbung von unserem Partner Holy. Damit wir das hier alles schön überstehen, gibt es natürlich die notwendige Erfrischung. Viele Mineralien, Kokoswasser, Elektrolyte drin. Sollte sich auch gut anbieten, sollte man mal einen über den Durst getrunken haben. Was wir aber natürlich nie tun. Der nette Twizy trinkt den leckeren White Peach. Ich trinke den leckeren Strawberry Kiwi. Das schmeckt beides wirklich à la Bonheur. Eisgekühlt. Zweiter Link in der Beschreibung. 100% vegan. Rein da. So, wir geben uns Farid Bang. Freuen uns wahrscheinlich auf sehr viele Disses. Höchst wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich hoch. Ja. Wahrscheinlich. Jetzt kommt wieder das Intro. Wollten wir den Marvin machen? Oha! Oha, das geht richtig böse los! Oha, wie das Messer da drin steckt! Oha, das Blut! Alles vorbei. Jetzt für mich schon der beste Song der Woche. Ja, alles vorbei! Macht Marvin so, oder? So ähnlich, ja. Wir haben natürlich hier die Punktetafel, die von uns beiden heute geführt wird. Twizy hat natürlich absolutes Mitspracherecht. Ja, aber ich mach hier unten dann nur, ja? Ja, aber nicht mit, fand ich blau. Der blaue ist der Outfit. Nee, der blaue ist immer da, wo ich anfange. Ach so, okay, verstehe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiter, wir haben uns hier heute versammelt, um die Geschichte der 50-jährigen Hip-Hop-Kultur zu feiern. Eine Geschichte, die schillernde Pers... Ey, ich finde, da sieht Luke Mockridge richtig komisch aus, die, gell. ...Sönlichkeiten hervorgebracht hat und eine Geschichte, die auch in Zukunft gewinnbringt sein wird. Lasst uns das Glas erheben auf eine lukrative Zukunft. Prost! Beat fängt schon mal geil an, ich mag... Ja, lass uns das Glas erheben. Wird Double-Time oder... Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Wie fühlte so... Aber ich mag halt diese quietschende Töne. Jetzt hat so ein bisschen was Geistermäßiges, so was Ghostmäßiges, was Gruseliges. Und dann halt wieder mal die flächendeckenden Sub-Busse, ne? Ihr kennt, was ich dazu verhalte. Die Streicher, die Streicher leiern so ein bisschen. Die knarren so ein bisschen, wie so eine Tür in so einem Geisterhaus, die du zu und aufmachst. Ich wünsche kein... Was seid ihr eigentlich für Clown? Spielt euch selbst was vor, was ihr nicht seid. 50 Jahre Hip-Hop feiern? Das hier wird eure Beerdigungsfeier! Spielt euch selbst was vor, was ihr nicht seid. 50 Jahre Hip-Hop feiern, das wird eure Beerdigungsfeier! Ah, Han Solo-Line! Wer ist Han Solo? Han Solo von Star Wars, Digga. Kennst du nicht? Ne. Bruder. Ich kenne nur diesen männlichen Schreibwalker. Genau. Oder Tobi, wann kreiert Hobie? Das einzige Blaulicht, das ich feiere, ist von Luke Skywalker. No policia. Ich check nur die eine Kolle-Line. Du jagst dem allgemeinen Männern nach. Wie Luke Skywalker. Du jagst im allgemeinen Männern nach. Okay. Äh, okay. Meine Kette wiegt mehr als der Ballon d'Or. Das ist eine Teil, da kannst du mal... Die Disse werden ignoriert, die waren gut. Also die, äh, Alligator ist cool. Meine, meine Kette wiegt mehr als der Ballon d'Or, finde ich gut. Punkt? Ja, ja. Vor allem, weil der auch aufs Gold ist und sowas. Was kostet, was wiegt der denn? Ballon d'Or. Wie viel Kilo wiegt der Ballon d'Or? 1.600, äh, 1.300 Gramm. Also 1,3 Kilo ist schon... Meine Kette wiegt mehr als der Ballon d'Or. Ich würde halt geil. Conor McGregor, ich bin das Pond'Or. Also, ja, das ist lustig. Conor McGregor, ich bin das Pond'Or. Meine Kette wiegt mehr als der Ballon d'Or. Ist auch gute Reime so. Ich muss sagen, ne, dass der Flow ist schon gut, ist typischer Farid-Flow. Aber finde ich, äh, äh, irgendwie weiß ich nicht. Es tut mir wirklich leid, ne, aber ich fand das jetzt nicht krass. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin kein Fan von dem Flow, bin ich kein Fan. Sorry, ich muss, also ich sag's immer wieder so, ich weiß, das ist da der Release, auf den hier alle wartet wahrscheinlich, obwohl wir 500 Zuschauer verloren haben. Warum das denn? Ich fand den Flow jetzt gar nicht so schlimm. Nein, er gar nicht so schlimm, aber ich messe sowas immer mit dem Hype, was da rausgemacht wird. Also, dass Farid irgendwie eine Deutschrap-Legende ist und dass er, dass er all das verdient hat, wo er jetzt steht, ist völlig außer Frage und, äh, dass er auch ein mega unterhaltsamer Charakter ist, den man einfach gerne sieht und auch gerne hört, was er sagt, weil's lustig ist, es, ähm, es polarisiert und alles, ne, aber rap-technisch gesehen, war das jetzt hier wirklich nicht fresh, Digga, sag ich dir, real talk, Digga. Wir machen nochmal Stift- und Warentest, lass doch mal hören, bitte. Weißt du, was das ist, ne? Weißt du, was das ist? Meinst du, weil die Stimme dünner gemischt ist, oder? Nein, das hat gar nichts mit der Mische zu tun, das ist einfach der Flow. Und ich will jetzt nicht dazu zu viel... Ich finde die Mische gar nicht so kacke, deswegen... Es geht gar nicht um die Mische, es geht einfach nur um den Flow. Und ich will jetzt da nicht noch mehr da hinzudichten oder so, ne? Aber da ich ja auch mein kommendes Album, wo sehr, sehr krasse Features drauf sind, ne, was jetzt bald rauskommt, ähm, alles hier selber zu Hause mache. Also Beats bauen, außer den Mix, den macht der Spoofy, aber auch teilweise so Spurenbearbeitung und so, wenn man die Spuren da schieben, wenn sie nicht 100% drauf sind, was in den wenigsten der Fall ist, aber manchmal hört es sich einfach besser an, wenn vielleicht die Enden ein bisschen zusammengeschoben worden sind und damit es einfach knackiger ist, ne? Und ich weiß, wie es sich anhört, wenn man Spuren zu sehr schneidet. Es entstehen sogenannte Artefakte. Das entsteht, wenn du bei Logic Flexpitch benutzt. Flexpitch, das kannst du entweder zum Pitchen der Vocals nehmen oder zum Schneiden der Vocalspuren, ne? Und es gibt da manchmal... Wenn ihr bei meinem Charly-Song zum Beispiel hört man das manchmal. Das sind so Artefakte, die so ein bisschen so sind und ich will jetzt hier bei Gott nix in den Raum stellen, was nicht da ist, ne? Also das ist einfach nur mein Gehör. Ich höre diese Artefakte hier raus. Hier, bei Bodybuilder mit der... Hör mal bei Bodybuilder mit der... Guck mal ey, bei Gott. Ich gebe Farid meine ganzen Props, aber das ist wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen so dieses, ähm, entweder mein bestes oder mein letztes Album. Und jetzt will er, jetzt will er auf Teufel komm raus, alles rausholen, was geht. Und ein einfaches Mittel dazu ist halt, Double Time zu rappen. Weil Double Time ist oft ein Plender. Für mich ist Double Time schon immer ein Plender, weil viele ausrasten, wenn jemand schnell rappt. Aber Double Time, ich finde Double Time ist dann nur richtig krass, wenn man es sauber macht, ne? Viele in deinem Chat sagen jetzt aber gerade, das ist für den Chat jetzt hier eher ein schwächerer Song auf dem Album und das Album insgesamt ist sehr, sehr gut. Das glaube ich auch. Farid, das letzte Album, das X, das 10, war auch mega krass. Mega krass. Also ey, don't get me wrong, guckt euch alle Farid-Reactions von mir an. Ich bin Fan, ich feiere das. Für mich war Farid nie der Rapper so, aber einfach diese, diese ganze Person, dieses Auftritt, dieser Charakter, das was er sagt, wie er sagt, wie er auftritt, alles geil. Aber das, Bro, ist nicht geil. Farid hat auf jeden Fall die beste Line in der Geschichte. Ich schlag mir die Hände blutig an Franky Kugel. Also da, oder Barretta auf die Rapper und ich treff euch bestimmt. So lange höre ich Farid, also Farid Bang gehört schon ganz lange zu den, ne? Aber das ist... Ja, da wird's Ende. Hoch aus Türchen. Wada, 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 wada. Bis man stirbt, Käpteilo. Stech, sie, tot. Meinte, will der auf Sido so? Sie, tot und Sido? Guck mal, von der Betonung hat das? Deine, die ganzen Kriminelle, die Wannabies, banken mir, der Wasser frei, stech, sie, tot. Oh, da wu... Hör ich gar nicht raus. Meint du, stech, sie, do, tot, also ob das so gewollt ist? Aber alles cool. Also ich finde es cool. Nicht falsch verstehen. Nichts ist gegen Sido besser, Mann, ne? Aber ich gebe es. Niemals würde ich das so werden. Okay. Bis man stirbt. Wenn meine Freundin manchmal sagt, Essen ist fertig, sagt sie... Warte mal. Seed tot. Nein, das meint er nicht. Meint er nicht? Er hat es in einem Chat gesagt. Könnte sein, glaube ich. Aber bei Farid ist es auch so ein Rapper, da interpretiert man viel dazu. Stimmt, er und Sido haben sich ja vertragen. Wenn meine Freundin sagt, Essen ist fertig, ich habe den Tisch schon gedeckt. Und manchmal sage ich sie einfach so aus Spaß, um sie aufzufordern. Ich bin ja bei Gott nicht derjenige, der andere nach ihrer Aussprache kritisieren sollte, weil ich auch genug Dinge habe, über die man sich lustig machen könnte. Zum Beispiel Traum oder sonst was. Aber ich ziehe sie damit auf. Sie sagt nicht Tisch, sondern sie sagt Tisch. Und genau so sagt ihr auch. Da wird's enden. Ich will nur sagen, ey, ich nehme nochmal mit Sido. Ich entschuldige mich, tut mir leid. Ich habe wieder mehr. Ich dachte, der hat da noch wieder ein Sneaky, das ist hier drin. Tut mir leid. Entschuldigung, Chat. Entschuldigung, YouTube. Ich disse dich, obwohl ich keinen Wörst kenne. Deine Kette ist so dünn. Ich nutze sie als Schnürsenke. Das ist lustig. Obwohl ich keinen Wörst kenne, ich disse dich, deine Kette ist so dünn. Aber, ey, das ist wirklich schlecht. Guck mal, ich muss es einfach machen. Ich muss mir treu bleiben. Ich muss es machen. Ich muss einen Punkt für den Flow da vorne abziehen. Ich muss es einfach machen, weil das einfach nicht geil war für mich. Und ich weiß, dass ich mich da gegen den Wind stelle, aber es ist einfach nicht geil gewesen, Digga. Wo ist meine Kette, Bro? Die ist hier. Cooler Schnürsenke. Twizy hat die letztens angehabt und hat gesagt, boah, die ist aber schwer. Ey, ist doch noch so gelaufen wie die Klöckner, Alter. Die hat Schnürsenke. Um bekannt zu werden, habe deine Idole Jara gelutscht. Darf ich Fitna machen? Ja. Weil jetzt in seinem letzten Interview hat er gesagt, er war halt von... Und er hat auch auf dem einen Song da gerappt, dass er von vielen Banger-Signings irgendwie enttäuscht ist oder so. Von alten und da jetzt gerade hat er wieder gerappt. So, keiner, der weg ist, war ein großer Verlust. Ach so. Ja, nur so einen kleinen Reinstruck. Ja, ja, mach. Du brauchst auch nicht über Erlaubnis fragen. Ach, das ist cool. Einer sagt ihm noch, ich werde es einmal vorlesen, wie man auch immer mag hier. Album ist geisteskrankt, bitte reactet drauf. Ja, das können wir jetzt immer mal reinziehen. Das ist aber eine coole Line. Der Unterschied dieses Mal wird das Messer vom Cover benutzt. Der Unterschied dieses Mal wird das Messer vom Cover benutzt. Beste Stelle mit Abstand im ganzen Song. Wie ein Was-Fahrer? Ich komm von der Straße wie ein Was-Fahrer? Wie ein Was-Fahrer? Wie ein So-Fahrer? Besoffener Fahrer. Hast du für die Stelle einen Punkt gegeben, ja? Ja. Oder soll ich noch einen? Nein, 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 nein. Das muss jetzt nicht übertreiben, nur weil jetzt hier mal die Punkte, man muss jetzt nicht hier sinnlos irgendwo Punkte dazugeben, nur weil es jetzt halt mal nicht so viele Punkte sind. Aber das war eine geile Stelle. Die hat mir gefallen. Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Ja, was soll ich tun? Ah, rippe neun Kilogramm Koks und fick in der Nacht deiner Bibukla durch. Ah, weil du die Kiffer und rufst, willst sieben Charmusso wie Nico Santos. Jeder sagt, der sei NG. Doch, ich weiß, dass sie alle Versager sind. Fröber, sie wollen kein Beef. Wie die militärte Veganerin. Ja, der. Ja, ein Punkt. Ja, ein, ein. Aber der kommt ja, weil da auch der Flow davor, der war nicht schlecht. Das ist ja der Flow, den er auch im ersten Part die ganze Zeit gibt. Ja, aber so. Die Kiffer und rufst, willst sieben Charmusso wie Nico Santos. Jeder sagt, der sei NG. Doch, ich weiß, dass sie alle Versager sind. Fröber, sie wollen kein Beef. Alle sagen sie dann Gs. Doch, jetzt auch wieder, das ist nicht Vorreim, aber sehr vorgezogener Vorreim. Alle machen auf Gs. Doch, ich weiß, dass ihr alle Versager seid. Da, da, da wollen kein Beef. Äh, Versager sind. Da wollen kein Beef. Wie die militärte Veganerin. Das ist, ja. Die militärte Veganerin. Kill alle meine Freunde, zutke meine Ballermann und werde mir deine Kette enteignet. Ey, Bro. Ey, jetzt sag doch mal was. Nein, Digga. Das ist nicht geil gerappt, Digga. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Du, Digga. Die militärte Veganerin. Kill alle meine Freunde, zutke meine Ballermann und werde mir deine Kette enteignet. Bro. Ich muss da, ey, ich muss da an Punkten. Das ist einfach, Digga, das ist einfach. Ey, es ist egal, wer das rappt. Ich hätte das auch, ich hätte das auch bei anderen Leuten gesagt, Digga. Das ist wirklich, Digga, nicht geil gerappt. Einer sagt hier, ihr oder eins. Du hast gar keinen Bock auf, Joppy G4 zu enden. Nein, ich hab ja, ich hab mich, kein Draht zu fragen, aber. Ich find's halt grad nicht so schlimm wie ihr. So, deswegen gar nicht. Bro, das ist einfach, weißt du, was mich daran nervt? Das ist dieses typische Double Time, was nicht, Double Time, wie gesagt, ist oft so ein Blender. So, oh, jetzt rasten alle aus, ich rap double time. Und wenn du double time rappst, einfach dieses. Es ist gut, der gerade Boss. Ja, das ist einfach so dieses. Und wenn Double Time ist, ist immer ich bitte die Lines, get better time. Oder baller mit. Irgendwas ballern. Und das ist einfach schon, das ist so tot gehört, Bro. Die Militärste-Vegalerin. Killer alle meine Feinde, zutke meine Ballermann und. Killer alle Feinde, baller, fair alle. Killer alle meine Feinde, zutke meine Ballermann und. Werde mir deine Kette entt GREG. Und wenn du mir deine Kette entt. Get illegal, wir sind Multimillionärer und verorben. Also ich bleib dabei, das Ding ist einfach, das ist einfach, ich find's leider, ich bin auch immer lieber am Feiern als am Hayden oder so, aber das ist wirklich nicht geil gerappt. Das kann Farid hunderttausendmal besser, Dicke. Es heißt nicht enteignen. Doch, oder? Das heißt doch enteignen, oder? Na klar. Enteignen. Klar. Also enteignen. Hä, Mietze, was? Feurig heute hier. Das heißt aneignen, achso. Achso, ja gut, aber das im Deutschrap so mit Grammatik jetzt ist es jetzt nicht. Ich werde mir deine Kette aneignen, halt. Ich werde mir deine Kette aneignen, halt. Achso, ich werde mir deine Kette aneignen, ja klar. Ja klar. Ja, aber darüber kann ich wegsehen. Ich versteh's auch gar nicht. Ich versteh's auch gar nicht. Weil das ist, auch wenn der Reim sau unsauber ist, du bist Submariner-Träger wie Hartz-IV-Empfänger. So als wäre eine Submariner, so als wäre das so... Wie viel kostet eine Submariner, kostet die 8k? Ist das Roli? 8k? Ich glaub Submariner kostet 8k. Ja, das ist natürlich... Ja, das ist jetzt kein riesen Batzen Geld, aber es ist natürlich schon viel Geld, ne? 15k, ja. Ähm, aber das musst du sagen, als 15k... Wie Hartz-IV-Empfänger... Als ob so ein Hartz-IV-Empfänger sich so eine Submariner kauft, dig. Das ist ne gute Zeile. Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von... Ich bin Shakira Beda und bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann. Alisha Lehmann, die ist jetzt gerade so in aller Munde, gerade so als bei FIFA jetzt natürlich die Frauen drin sind, ne? Alisha Lehmann ist so eine sehr, sehr hübsche, ähm, weibliche Fußballerin. Also eine Fußballerin, ne? In G2? Nein! Zwischen den Beinen, ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von... Du würdest gern die Punkteteilfe ein bisschen höher drücken, ich merk das schon. Ich auch, aber dann muss schon ne geiles... Da muss schon was knallen halt. Nehme mit Shakira Beda und bin... Ich bin... Wie Hartz-IV-Empfänger... Achso! Okay, da geben wir aber auch einen Punkt. Okay. Das ist lustig. Das ist ja wieder so dumm lustig. Aber das, guck mal... Ich bin kein Schwimmer, doch nehme mit Shakira Beda. Also Beda, Koks und Beda nehmen. Ich bin kein Schwimmer, doch nehme mit Shakira Beda. Bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann. Okay, da haben wir jetzt insgesamt zwei Punkte. Jede Line kriegt einen Punkt, sind zwei Punkte. Das ist ne gute Stelle. Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann. Asphalt-Massaker für dieses Jahr mal. Hey, schau, alles kaputt, doch. Keiner von denen, die heute weg sind, war ein krass und verlust, doch. Um bekannt zu werden, haben deine Idole Jahre genutscht, doch. Der Unterschied dieses Mal wird als besser vom Cover benutzt, doch. Ich will noch eine Sache sagen an die Leute, die jetzt... Ich weiß, so was wird kommen, so von wegen, ey, Jiggy, hätte Kolle so gerappt oder so. Würdest du niemals so ragen und blau. Und ich möchte euch einfach nochmal ans Herzen legen, ne? Ich weiß nicht mal mal, wie der Song heißt. Wie heißt dieser eine Song, ähm, den ich gehatet habe? Viele wissen das doch bestimmt noch. Ähm, Kollegah, wie heißt denn dieser Song, wo er mit so einem Chatsky durch so eine Alienwelt fährt? Der durch so eine Alienwelt... Ne, 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 Valhalla. Den hast du gehatet? Ja, Mann. Echt jetzt? Das war auch, hab ich gar net, das sagt er sogar im Interview. Valhalla haste tot gehatet. Valhalla-Reaction. Ne, das ist natürlich auch jetzt schon drei Jahre her. Vom Hocker gehauen wie ein Kneipenschläger, aber... Ja, gut, das Argument ist drei Jahre her. Ja, zieht vielleicht schon ein bisschen, aber ich hasse... Ich hasse alles! Ne, ich sag immer, was ich denke. Der Chat ist deiner Meinung. Beste Stelle. Ey, guck mal, ich will nicht alles immer hagen, aber zu sagen, ich komm von der Straße wie ein Sufffahrer ist natürlich ein guter Vergleich, aber dadurch... Er stellt sich quasi, er sagt, ich bin wie ein Sufffahrer. Und Sufffahrer ist ja nichts Cooles, oder? Das ist wie wenn ich sage... Ah, das ist der Teufelberg in Berlin. Da wollte ich auch mal ein Video drehen, hab ich schon mal gesagt, als da Gentleman und Luciano gedreht haben. Hallo Bruder. Bruder. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Punkte. Das guckst du mir so an. Ja, aber die willst du jetzt nicht vortragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Punkte. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020